Herzlich Willkommen bei Sein und Sonny BauTV. Wir sind einige Meter weiter und sehen auf das Portal vom Tunnel S-Bahn links von der Midnachtstraße kommend und rechts zur Midnachtstraße führend für die S-Bahnverbindung nach Bad Cannstatt. Hier ist der Zwischenangriff Abstellbahnhof und hier rechts sehen wir die Rettungszufahrt für die S-Bahn und den Fernbahntunnel. Rettungsvolleck Rettungsvolleck Künstliche Sonnen da drüben, also durch eine Glasscheibe mit dem passenden Winkel. reflektiert es so stark, ja und jetzt sind wir schon da, dann schauen wir doch nochmal auf die Rampe der Rettungszufahrt, da hat sich so viel getan seit meinem letzten Besuch, dass man sagen kann, die ist fertig. Die Rettungsvolle Rettungsvolle Rettung Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, tschau!